Glück auf, meine Kumpel und Malocher, heute wieder Gast am Start, ihr kennt ihn bestimmt schon vom letzten Mal, Hamburger Fan, fast würde ich sagen YouTuber, irgendwann vielleicht, aber im Moment Hamburger Fan, Experte, Zweiliga-Experte und ja, auch Jugendtrainer und genau, ich begrüße dich herzlich zum Stream. Moin, moin, freut mich wieder dabei zu sein. Und ja, heute nicht so gut vorbereitet, also bin ich nicht so gut vorbereitet, ich glaube, wir machen heute einen ganz spontanen Talk, würde sagen, wir nehmen auch viel, viel mehr die Zuschauer mit an Bord, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen habt, worüber wir sprechen wollen, gerne rein damit. Ja, zur letzten Folge, wir haben ja vor der HSV-Partie gesprochen, jetzt sind zwei Spieltage vorbei, ich glaube, erster Spieltag war gefühlt halt Hamburg aufgestiegen und jetzt zweite Spiel, hat sogar der Trainer, glaube ich, gesagt, zweitspieler seid ihr dann die Doven gewesen, so gesehen, ich glaube, sowas hat der in der Art gesagt. Wie hast du die zwei Spiele von Hamburg, aber auch von Schalke gesehen? Ja, ich muss zu Schalke sagen, ich war im Stadion beim HSV, das heißt, das Schalke-Spiel konnte ich leider nicht sehen. Zum HSV, ja, also es ist schwierig, weil wir eigentlich, die erste Halbzeit war richtig gut und eigentlich musst du, du musst zwei, drei Dinger machen, führst nur mit diesem einen Tor, dann fliegt Meffert, unser Sechser raus und ab der Sekunde kam einfach Dresden und man hat es auch im Stadion gespürt. Man hat gespürt, wir fangen uns gleich ein und unsere Spielweise, das haben wir auch gegen Schalke gemacht, da ist so viel Rotation drin, dass irgendwann unsere Außenverteidiger platt waren. Also ich habe Leibold in der zweiten Halbzeit noch nie so schlecht gesehen und das lag auch daran, dass die einfach tot waren, die waren tot. Also es war ein verdientes 1 zu 1, aber es war ärgerlich, es war wirklich ärgerlich. Glaubst du, das wird in Zukunft besser werden, wenn die Mannschaft so diesen Spielstil vom Trainer mehr verinnerlicht? Oder glaubst du, das hat auch einfach was mit der Kondition zu tun, dass man in der Vorbereitung vielleicht nicht so Kondition gebolzt hat und sich das jetzt ein bisschen rächt, weil die nicht dieses Programm fahren können, was der Trainer von denen verlangt? Naja, ich finde, so gegen Schalke hat es ja geklappt. Ich glaube einfach nur, das Problem ist, dass du auch auf den Außenverteidiger-Position momentan, weil Wagnumann immer noch verletzt ist, sehr dünn gesetzt bist. Also du musst für mich, wir müssen noch einen Außenverteidiger holen und noch einen Flügelspieler. Aber auch wenn Yatta mal nicht zieht, zum Beispiel, dann hast du kaum Ersatz. Apropos Wagnumann, ich habe ja gehört, der wird irgendwie gehandelt. Und Nana soll ja auch, ist der schon fix gewechselt? Der soll ja für eine hohe Summe wechseln, ist schon fix. Also da kriegt ihr jetzt auf jeden Fall viel Geld nochmal, um auf Shoppingreise zu gehen. Ja, das Ding ist aber so beim HSV, seitdem Bolt da im Amt ist, du kriegst nichts mit. Du kriegst wirklich nichts mit. Du kannst spekulieren, wie du willst, aber du kriegst es erst quasi mit, wenn der Transfer durch ist. Das heißt, ich kann dazu nichts sagen. Aber so grundsätzlich bist du, glaube ich, schon zufrieden mit dem, was der Bolt bisher so gemacht hat an Transfers. Ja, der hat ohne viel Geld, hat er Leute geholt, die so ein Meffat oder Schonlau oder so die Zweitliga-Erfahrung haben und auch nicht schlecht sind. Ich glaube, wir brauchen immer noch so einen Knipser, weil jetzt Glatze, ich finde den nicht schlecht. Aber der hat mich jetzt nicht so überzeugt. Und ich glaube, mit Glatze und Kaufmann wird es dünn. Du bräuchtest noch einen. Also du wirst nicht an Terroddes Tore rankommen, das tust du nicht, aber du brauchst noch einen Typen, der mindestens so zehn Buden macht oder so. Ja, finde ich auch. Also Glatze, der ist, glaube ich, so mehr so der Techniker, aber du brauchst halt so einen richtigen Torjäger, der dir so 20 Buden macht. Eigentlich immer, wo eine Mannschaft aufgestiegen ist, hat man immer so einen Torjäger drin, der zumindest in den Top 5 so in der Liste war. Und ich denke, ich brauche dir auf jeden Fall noch einen so als Terrodde-Ersatz. Ja, wo wir jetzt bei Transfers sind, auf Schalke hat sich ja auch was getan. Salazar soll jetzt kommen. Ist jetzt so gut wie fix. Ich denke mal, wird morgen präsentiert oder übermorgen spätestens. Du kommst ja aus Hamburg. St. Pauli ist ja auch in der Nähe. Leider, ja. Kannst du was zu dem sagen? Hast du ihn verfolgt? Ich habe den zweimal spielen sehen gegen uns. Und da hat er zweimal so gefühlt, das Spiel seines Lebens. Also ich finde den richtig gut. Ich habe mir auch gedacht, für den Preis musst du ihn nehmen. Also wenn Schalke den nicht genommen hätte, hätte ich ihn genommen. Aber ich verstehe nicht ganz, wieso man eine Rückkaufoption zugelassen hat. Finde ich auch richtig schade. Also ich muss sagen, der Deal hieß ja am Anfang, du kriegst den ablösefrei ausgeliehen und hast eine Kaufoption für eine Million. Wo ich sage, das ist der Deal des Jahres so. Wie kann Frankfurt ihn für so eine Summe gehen lassen? Aber was man jetzt zuletzt gehört hat, war eine Summe, die mit Leihgebühr am Ende bei zweieinhalb Millionen rauskommt. Und dann auch noch eine Rückkaufoption von Frankfurt und noch eine Weiterverkaufsbeteiligung für Frankfurt. Also mittlerweile kann man schon bei Frankfurt von einem okayen Deal sprechen. Man weiß halt nicht, wie hoch diese Rückkaufoption ist. Wenn das jetzt im zweistelligen Bereich ist, in unserer Lage, sag ich, machst du das trotzdem so. Aber wenn das jetzt nur zweieinhalb Millionen sind oder fünf Millionen oder sechs Millionen, dann baust du den Spieler ja im Prinzip für Frankfurt auf. Dann kriegt er jetzt bei uns die Spielpraxis, da wird auf ihn gesetzt. Wenn er den nächsten Entwicklungsschritt macht, dann ist er weg für sechs Millionen oder so. Und dann hast du eigentlich dieses Potenzial, was der Spieler durchaus hat, hast du eigentlich dann nicht so ausgeschöpft, finde ich. Zumindest was jetzt den Wert des Spielers angeht, weil der wird, glaube ich, in die Höhe steigen. Aber ich glaube, was man nicht vergessen darf, ich glaube, davor war ich ein bisschen skeptisch mit Schalke. Aber wenn der zieht, wie der in St. Pauli gezogen hat, dann gehe ich schwer davon aus, dass ihr in den ersten drei seid. Und wenn du mit dem aufsteigst, selbst wenn Frankfurt ihn dann zieht und zurückholt, selbst wenn es vier Millionen sind, hat sich das schon mal gelohnt. Das stimmt. Also auf jeden Fall steigt die Wahrscheinlichkeit, mit einem Salazar aufzusteigen. Und wenn der funktioniert, was ich auch denke, der war ja auch bei Darmstadt der Wunschspieler von Gramotzes, hat den da leider nicht bekommen. Und auch deswegen, glaube ich, wollte er auch unbedingt zur Schalke. Der hatte ja auch Augsburg als Möglichkeit in der ersten Bundesliga. Und er wollte nochmal den Schritt jetzt über die zweite Liga machen. Das finde ich immer richtig gut. Also wenn du Spieler hast, die unbedingt zu dem Verein gehen wollen. Und da haben wir jetzt einige von. Und war ja beim HSV, glaube ich, auch am Anfang nicht so mit so Aaron Hunt und Holpi und was weiß ich nicht alles. Mittlerweile kann man da schon von so einer Mannschaft sprechen, die da Bock hat, oder? Ja, also wir sind die Altlasten nicht so schnell losgeworden, leider. Wir hatten dann immer noch Leute wie Holpi, Hunt und so, Alte, die die Verträge abgesessen haben. Und jetzt endlich habe ich auch mal das Gefühl, wir haben eigentlich nur Spieler, die Bock haben. Und das ist einfach auch als Fan geiler. Du weißt, die reißen sich den Arsch auf, die wollen nicht weg. Ich habe neulich Bremen geguckt und da sitzt Toprak im Interview danach und quasi redet er davon, dass er gehen will. Das ist, also Bremen finde ich so krass. Der hat schon wieder gesagt, der will 20 Spieler noch abgeben. So, wann? Und der letzte Monat hat schon angefangen und wo willst du neue herkriegen? Wie soll das alles passieren? Und keine Ahnung, ob das gut geht, wie das gut geht. Ich bin richtig froh, dass Schalke so viele Spieler jetzt schon abgegeben hat. Und es sind jetzt im Prinzip nur noch Mascarell, Nasasic. Wobei der jetzt auch kurz vor dem Wechsel zu Florent steht. Harit, Kabak und Matondo. Ansonsten hast du alle abgegeben. Das sind gerade mal eine Handvoll Spieler, wo ich denke mal ein Kabak oder so wird auch noch irgendwo unterkommen. Das wird nicht das Problem sein. Da geht es, glaube ich, eher jetzt noch um die Ablösesummen. Auch in Harit, den wirst du auch loswerden. Matondo auch irgendwie per Laie in irgendein Verein aus der 2. englischen Liga holt, den sie sich bestimmen. Und Mascarell hat auch einen Markt. Und die wirst du auch alle los. Da geht es, glaube ich, schon um Ablösesummen. Und da muss ich sagen, klasse Arbeit, was da geleistet worden ist. Ich würde ja, also wenn ich Schalke wäre und ich kriege, würde Mascarell und Kabak und so verkaufen, würde ich Harit behalten. Also ich würde das eine Jahr Risiko eingehen. Mir wäre das egal. Weil wenn du den in der 2. Liga hast, ihr schickt Gegner ab. Also auch mit diesem Spiel, ich finde den nicht gut von Gramozzo, das sage ich dir ehrlich. Also ich habe neulich nochmal geguckt, irgendwie 25 zu 9 Torschüsse für Kiel. Aber wenn ihr in 3-0 gewinnt, dann ist es eben so. Man muss sagen, das stimmt. Also Kiel hatte schon teilweise dann mehr Spielanteil. Die haben auch mehr Ballbesitz gehabt. Die hatten auch wirklich eine Phase, wo die sehr stark auf unser Tor gespielt haben. So nach der Halbzeit bis zur 60. Minute war das auf jeden Fall so, dass die da das Spiel kontrolliert haben, dominiert haben. Aber ich würde sagen, bei diesen Chancen von Kiel waren dann halt auch viele dabei, die gehen in die Wolken der Schuss oder irgendwo aus 40, 30 Metern, wo die mal draufgeballert haben oder so. Also nicht so die gefährlichen Aktionen. Die hatten einen Pfostenschuss gehabt. Ansonsten war bei uns aber auch immer irgendwie ein Fuß dazwischen oder so. Also sehr gute Defensivarbeit. Klar, bei uns fehlen, glaube ich, noch so die Automatismen. Ich glaube, wir haben eine Mannschaft, die so von der individuellen Klasse definitiv unter den Top 3 der Liga ist. Ist einfach so. Aber die spielen jetzt erst seit drei Wochen zusammen. Was wir eben gesagt haben, ich bin froh, dass alle Spieler weg sind. Aber jetzt ist auch einfach mal eine neue Mannschaft da. Die müssen sich jetzt auch erst mal finden und so. Klar, Gramotzes lässt sehr Defensiv spielen. Aber jetzt spielen wir nicht gegen die Aufstiegsfavoriten Kiel und HSV, sondern wir spielen jetzt als nächstes gegen Regensburg und Aue. Und das sind eigentlich für mich jetzt so die wegweisenden Partien. Weil wenn du da eine Lösung findest, wenn du da gut oder da die sechs Punkte holst, dann zeigt das für mich, dass du da auch gegen, beispielsweise wie ihr gegen Dresden, da auch ein Dreier holen kann. Und das schaffen kann. Wenn du da aber jetzt dich sehr schwer tust und dann keine Lösung findest gegen zwei sehr defensiv eingespielte Mannschaften, dann wird es natürlich schwer auch so im weiteren Saisonverlauf, wenn man da so den Blick dann drauf hält. Das ist für mich sehr wegweisend. Ich verstehe die Taktik von ihm. Ich verstehe den Ansatz nur nicht wirklich. Weil wenn du so eine Mannschaft hast wie Schalke, auch gegen Thiel, also ich habe Thiel das erste Spiel gesehen und war echt erschrocken. Da musst du eigentlich, guck mal, ihr habt 3-0 gewonnen mit 30 Prozent Ballbesitz. Also hättet ihr vielleicht ein bisschen offensiver gespielt, hättet ihr nicht schon in der ersten Hälfte weggeklatscht oder so. Also ich bin gespannt. Ich schreibe ihn nicht ab. Ich bin jetzt auch kein Gramotzes raus oder Hater oder so. Aber ich denke mir, mit der Mannschaft kann man eigentlich schon ein bisschen offensiver spielen. Ja, es ist auch so, muss auch irgendwann so kommen. Vor allen Dingen, was mich sehr stört, ist Ballbesitz, dass wir weniger Ballbesitz haben und extrem viel weniger. Weil Gramotzes hat auch gesagt, da geht viel so Dominanz auch, wenn der Gegner den Ball hat. Aber ich finde, das ist immer sehr, sehr schwer. Vor allen Dingen, weil wir sind kein Atletico Madrid, wo du da wirklich Spieler hast, die alles wegverteidigen können, da passiert immer mal wieder ein Fehler und so. Und dann steht es auf einmal 1-0 und dann musst du auch wieder zurückkommen. Also das ist, und man hat es ja gesehen, so ein Flick ist teilweise überfordert, ein Rampflick ist teilweise überfordert, wenn es permanent aufs eigene Tor geht ohne Ballbesitz. Das stimmt noch nicht. Und da müssen wir eine Lösung finden. Ich würde sagen, mehr Ballbesitzphasen im Spiel einbauen. Hat Becker gespielt? Becker hat gespielt, zweite Halbzeit, genauso wie Aydin. Die sind dann für Rampflick und Flick reingekommen. Da muss ich sagen, auch ein guter Wechsel von Gramotzes. Genauso habe ich das auch gesehen und hat nicht viel beim Spiel verändert. Aber dass er das überhaupt gemacht hat, fand ich schon positiv. Ich habe auch beim HSV-Spiel nicht verstanden, wieso ein Becker nicht spielt. Also ich muss generell sagen, nach der ersten Halbzeit, ich saß bei mir mit meinem Vater, wir waren bei uns beim Fußballplatz und haben so draußen mit Leuten geguckt und ich drehe mich noch um und sage zu ihm, nenn mir bitte einen Spieler vom HSV, der gut war in der ersten Halbzeit und war eigentlich nur erschrocken. Und dann in der zweiten war es komplett erswitcht. Also komplett. Und da habe ich auch nicht verstanden, wieso Gramotzes nicht irgendwann früher reagiert hat. Weil du hast ja gesehen, der HSV kommt. Aber Glück auf zum ersten Sieg. So beginnt das. Und im Endeffekt, ihr müsst einfach eine Serie starten. Ich glaube, wenn Schalke eine Serie startet, dann wird es echt schwer für andere Gegner. Und ja, das ist so. Du holst dir jetzt den Mut. Du musst jetzt dich einspielen. Du brauchst jetzt Erfolgserlebnisse. Und dann fällt alles viel, viel leichter. Ich glaube auch, du brauchst jetzt erstmal ein paar Siege. Also ich würde sagen, wir holen mal ein paar Leute aus dem Chat rein. Hier schreibt Oliver, Harit ist ein Spieler mit Riesenpotenzial. Hast du ja schon angedeutet. Ich finde auch, also wenn du einen Spieler behalten würdest von den fünf, auf jeden Fall Harit. Weil, wie du gesagt hast, wenn du den als Zehner da spielen lässt, der kann da durchdribbeln praktisch wie so Slalomstangen. Er schafft Räume für einen Terrode oder für einen anderen Spieler. Und der ist einfach nur, der ist einfach overpowered für die 2. Liga. Du hast ja auch letztes Jahr, auch wenn es die Abstiegssaison war, gesehen, dass er zum Teil trotzdem Gegner vernascht hat und einfach keine Anspielstation hatte. Und jetzt habt ihr eben einen Terrode. Das heißt, wenn du den halten könntest, ey, der würde Scorer-König werden in der 2. Liga. Richtig sicher. Und ich sage mal so, wir haben ja gesagt, du willst eine Mannschaft haben, die für den Verein, auf jeden Fall für den Verein spielen will und so weiter und so fort. Ich sage mal, wenn du einen Spieler dabei hast, der jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger ist oder ein bisschen oder auch vielleicht nicht unbedingt in die 2. Liga reinpasst, dann ist das ja eine völlig andere Geschichte, als wie wenn du mit Bremen mit 20 Spielern runtergehst und wo gefühlt einfach jeder in der Bundesliga spielen will. Das ist ja wieder was komplett anderes. Und ich finde schon, dass der Harit so ein bisschen auch so Schalke in sein Herz geschlossen hat. Man darf auch nicht vergessen, der Verein war für ihn da, auch in seiner Phase, wo er, da war er an einem Unfall beteiligt in Marokko. Ja, sein Autounfall, ne? Genau, da hat man den auch nicht aufgegeben. Der hat auch sehr viele Eskapaden gehabt, wo man auch nicht den Jungen aufgegeben hat und immer weiter auf den gesetzt hat. Und ich glaube, der hat auch Schalke viel zu verdanken. Von daher, ja, macht er auch oft so auf Instagram-Stories oder so mit Herzchen für Schalke und so. Ich glaube, der hängt schon ein bisschen an Schalke. Klar ist das ein Spieler, der gehört nicht in die 2. Liga. Und eigentlich kann er auch gefühlt fast jedem Champions-League-Klub, so nicht die A-Mannschaften in der Champions-League, aber so B-Mannschaften, könnte er auch Stammspielen. Seien wir mal Leverkusen-Gladbach in Deutschland, Lyon in Frankreich oder sowas, ja, solche Mannschaften, da könnte der auch durchaus Stammspieler werden. So, wo ist das Gast-Overlay? Okay, ja, der Kai-Luke hat mir ja ein Overlay erstellt. Das Ding ist, das musste heute alles ganz schnell gehen und ich wusste nicht, ob das mit dem Overlay, ob man da den Ton auch vom Gast auffangen kann. Das wird dann, denke ich mal, zur nächsten Folge dann auf jeden Fall realisiert werden. Mach doch mal ein Call-in. Ja, hast du schon mal dieses neue Overlay von mir gesehen? Ich, nee. Also richtig krass, was der Kai-Luke gemacht hat. Also das sieht jetzt echt richtig professionell aus, mit Chat eingeblendet, auch wenn die Spiele spielen, wenn ich da live bin bei den Spielen, mit Uhrzeit eingeblendet und die Mannschaften, Ergebnisse und so weiter. Also richtig geil. Und das selber hat er mir auch für Gäste gemacht und ja, habe ich jetzt nur in der Zeit jetzt nicht so hinbekommen. So. Hast du das mit dem Hoppy mitbekommen? Der ist ja jetzt Goldcup-Sieger geworden, hat da auch eine richtig gute Rolle gespielt, soll jetzt wohl Angebote haben aus ganz Europa. Kannst du ein bisschen so beschreiben, wie du den siehst? Glaubst du, das ist ein Spieler mit viel Potenzial oder glaubst du, das ist so jemand, den du jetzt unbedingt verkaufen sollst, wo jetzt viele Angebote reinkommen? Auf Schalke ist so die Meinung generell sehr verschieden. Was für eine Summe wird denn genannt? Also zwischen 6 und 10 Millionen, denke ich mal. Für 10 würde ich ihn sofort verkaufen. Also wenn du für 10 Millionen kriegst und dann noch eine Weiterverkaufsgebühr oder so, würde ich ihn sofort verkaufen. Ich finde den nicht schlecht, ich fand den auch in der Bundesliga nicht schlecht. Ich glaube, da hat er auch nicht mehr so viele gemacht am Ende, weil der Druck auch einfach zu groß war auf so einen jungen Kerl. Ich finde aber, er ist jetzt nicht so ein Klipser wie Torodde. Ihr habt schon einen da vorne drin und wenn ihr wirklich 10 Millionen kriegt, dann würde ich den verkaufen. Also ich persönlich. Ja, also ich sage auch, für eine zweistellige Summe absolut. Da muss man ihn verkaufen, weil das Risiko ist halt immer da, dass er dann nicht diese Entwicklung nimmt, die er nehmen könnte. Wir haben es da abgesehen. Ja, ja, genau. Bei A beispielsweise. Der hat jetzt eine Saison gut gespielt und dann ist er direkt gewechselt und dann wird er da auf jeden Fall nicht mehr den Erwartungen gerecht. Natürlich kann er auch am Ende für 25, 40 Millionen wechseln, aber das weißt du ja vorher nicht. Und dann, wenn du da das Geld schon mal realisierst, man muss sich auch immer fragen, wie viel mehr Geld als 10 Millionen sind denn auch in der nächsten Zeit dann auch drin für so einen Spieler. Aber ich mache den sehr, ich mache den Hobby richtig sehr. Ich hoffe einfach, dass keiner so eine Summe bietet. Ich würde den wirklich sehr gerne auch in der zweiten Liga sehen. Ich glaube, der passt auch perfekt zu dem Torodde zusammen, weil der ist jemand, der auch in die Räume starten kann, sehr, sehr schnell unterwegs ist. Der kann auch Pässe mal spielen, der kann auch mal ins Dribbling gehen und Terodde ist jemand, der kann die Bälle festhalten, dann gegebenenfalls auf einen Salazar ablegen. Der schickt ihn dann durch die Lücke oder dribbelt selbst und schickt ihn durch die Lücke. Da hast du viel mehr Variationen jetzt im Sturm und generell in der Offensivabteilung. Aber spielt er mit zwei Spitzen oder einer Hängel? Ja. Ach so, spielt er. Ja, spielt er. Ja, im Moment spielt da der Bülter. Der macht die Sache auch sehr gut und harmoniert auch sehr gut mit dem Terodde zusammen. Deswegen steht das auch gar nicht fest, ob der Hobby überhaupt von Stamm spielen würde. Aber ich gehe da schon fast, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass der, wenn er bleibt, dann auf der Bank sitzt, weil der, also viele sagen auch, der hat nicht so die Klasse für Schalke. Ich sehe das komplett anders. Ich sehe, das ist ein Spieler, der wird immer stärker. Das ist auch ein Spieler, der ist sehr lernwillig, der macht immer weiter Fortschritte. Und auf Schalke haben viele belächelt, dass der McKennie nach Juventus gegangen ist. Und ständig war der McKennie auch jemand, der keinen Fußball spielen konnte und was weiß ich nicht alles, der da total überschätzt sei angeblich. Jetzt ist er bei Juventus Stammspieler, und das sehe ich genauso ähnlich wie auch bei einem Hobby, der nur, weil er aus der Regionalliga gekommen ist, weil er nicht den Schritt direkt aus der A-Jugend in die Erste gemacht hat, da so für viele so diesen Stempel Regionalliga drauf hat. Aber das, was man von dem Jungen gesehen hat, jetzt nicht nur das Hoffenheimspiel, ist schon sehr, sehr stark. Also der sieht die Räume, der startet durch, der ist sehr, sehr schnell, der hat einen guten Abschluss, der technisch ist ja auch zu gebrauchen, der hat jetzt eine gute Rolle gespielt in der USA, war einer der wichtigsten Spieler da, hat da den Pokal gerade geholt, ersten internationalen Pokal, in seiner ersten Saison quasi. Also das ist schon ein richtig guter Mann. Aber ich kann dir eine Sache sagen, also ich bin ja am Start in Amerika, ich bin da auf dem Teil aufgewachsen, und der Gold Cup, den darfst du echt nicht überbewerten. Also ich habe mich mal da geguckt und ich dachte mir, Alter, was ist denn Fußball? Aber ich muss dazu sagen, er hat wirklich gute Ansätze. Also das hat man auch in der Bundesliga gesehen, er ist die Räume gegangen, hat dann zum Teil vielleicht das Tor nicht getroffen, aber er hat die Bälle überhaupt bekommen gegen gute Gegner. In der zweiten würde es ziehen, glaube ich. Also in der zweiten würde er schon seine Tore machen. Und man muss auch sagen, dass letzte Saison, ich hatte das Gefühl, wo Uth beispielsweise auf dem Platz war, hat der Uth den generell einfach immer übersehen. Das war, das war, ja, da hat man richtig gemerkt, beispielsweise Uth, der spielt den Hoppi nicht an, weil der hat gemerkt, der kriegt jetzt ein bisschen seinen Rampenlichtmoment und so, und das wollte er dem nicht geben. Generell, was ist es für ein Stürmer auf Schalke immer schwer gewesen, Tore zu schießen, die letzten drei, vier Jahre. Also ich weiß es gar nicht, letztes Jahr auf jeden Fall war der der beste Torschütze mit sechs Toren. Davor das Jahr hatte man auch nicht zweistellig getroffen, da waren nämlich Harit und Serdar die besten Torschütze. Davor das Jahr, keine Ahnung, ich glaube Huntelaar war der Letzte, der zweistellig getroffen hat und Burgstaller nach seinem ersten Jahr im Wechsel, da war er auch ziemlich stark. Ansonsten hat kaum ein Stürmer, generell Spieler bei uns, mehr als zweistellig getroffen und der hat das ja nur in einer Halbserie gemacht. Der ist ja erst zur Winterpause hochgeholt worden, macht dann sechs Tore in der ersten Liga. Wenn du das auf zwei Runden machst, sind das schon zwölf, ist das schon zweistellig in der Bundesliga, rechne das jetzt mal für die Zweitliga runter, der ist schon Qualitätsspieler. Man darf auch nicht vergessen, dass so ein Trodde den auf jeden Fall so ein paar Sachen auch mitgeben würde. Ich glaube, wenn der jemanden hat, der ihm den Druck nimmt und ihm dann nochmal hilft, würde das in seiner Entwicklung auch nochmal enorm sein. Also ist hin und her gerissen. Ich sage, für so fünf, sechs Millionen würde ich es auch nicht machen, aber wenn du zehn Millionen bekommst, wird es zehn Prozent weiterverkauft. Das ist das, ja. Und vor allen Dingen, man darf auch nicht unterschätzen, der Schröder hat jetzt so viel aus so wenig Geld gemacht. Wenn er da zehn Millionen zur Verfügung hätte, wo der da Spieler holen kann, ich glaube, der kann da schon die ein oder andere Perle irgendwie aus dem Nichts für uns finden und dann vielleicht so zwei, drei Salazas holen. Und dann ist das wieder eine andere Geschichte und dann hilft das der Mannschaft auch, glaube ich, sehr, sehr extrem. Ja, ich glaube, es kommt aber auf das Angebot an. Ja. So, was sagt der Chat ansonsten? So, ja, viel wurde jetzt über Hobby gesprochen. Da hat der Chat auch ein bisschen drüber gesprochen. Ansonsten schreibt mal gerne ein Thema rein, was euch noch interessiert, über was wir reden wollen. Was mich auf jeden Fall interessiert, so Jugendbereich. Wir haben auf Schalke, würde ich sagen, fast die beste Jugendarbeit in Deutschland. Die letzten Jahre vielleicht nicht, aber wenn du das über die letzten zehn bis zwanzig Jahre siehst, denke ich auf jeden Fall. Bei uns war ja quasi, als wir Weltmeister wurden, war ja der Neuer, der Özil, ein Draxler, wurden mitgenommen und Höwedes. Waren ja alle aus der Schalke-Jugend, sind Weltmeister geworden. So Retzka, Leroy Sané, also hört ja nicht auf. Ja, die sind dann alle nachgekommen. Wobei Goretzka kam aus Bochum, der hat dann erst später zu uns gestoßen, aber ja, sehr viele Kehrer und so weiter, die Liste ist lang als Nationalspieler. Ja, mich würde mal so interessieren, wie du, du bist ja selbst Trainer im Jugendbereich, wie viel macht so die Technik, wie viel macht so das Talent aus und wie viel im Prinzip so die Mentalität der Spieler. Und kannst du das als Trainer auch beeinflussen? Kannst du denen da eine Hilfestellung geben? Kannst du da, oder machen die ihr eigenes Ding? Bist du da nur, sind da die Eltern für verantwortlich oder der Freundeskreis oder so? Naja, ich finde schon, es hat auch viel mit der Person selbst zu tun. Also ich trainiere zwei Mannschaften, einmal die B-Jugend und einmal die neue C-Jugend. Und du hast zum Beispiel manche Jungs von uns, die trainieren jeden Tag, macht drei Stunden am Tag Fußball, der lebt Fußball und hat dann auch das Talent. Dann hast du jemanden anders, der vielleicht ein bisschen talentierter ist, aber die Arbeit nicht geht. Und dann weißt du, irgendwann der andere wird sich durchsetzen. Also es ist schon viel auch so, du musst das leben und du musst den Ehrgeiz einfach haben. Wenn du diesen Ehrgeiz nicht entwickelst, wirst du wahrscheinlich nicht so weit kommen. Ich kenne auch Leute von früher, der eine hat zur HSV in Wales gespielt und hat dann irgendwann mit 17, 18 ist es so ausgeleiert, weil er dann irgendwann feier angegangen ist oder es nicht mehr so ernst genommen hat. Das heißt, nur Talent bringt es nicht. Und als Trainer, du kannst schon viel einwirken. Also ich kenne das eher so von früher, hatten wir so diese Holzer-Trainer, diese alten Decke, die da einfach nur reingebrüllt haben und so. Und ich und meine Jungs, also ich mache das mit zwei Freunden von mir schon seit drei, vier Jahren. Also wir probieren schon auch jede Entscheidung, auch wenn es eventuell auch hart für jemanden ist. Du weißt, du spielst nicht mehr oder wie auch immer. Wir machen es immer transparent. Wir erklären denen immer, es ist nichts mit dir zu tun. Unsere Mannschaftsaufstellungen werden immer vor allen ausgetragen. Wieso vielleicht einer nicht? Das heißt, man hat im Endeffekt, die können jederzeit zu uns kommen und können uns fragen, was kann man besser machen? Wieso klappt es nicht? Oder irgendwie so. Ich finde, es ist schwierig. Viele Trainer heutzutage, die haben die Entwicklung gar nicht mehr so im Kopf, weil zum Beispiel, wenn du es mit England vergleichst, in Deutschland ist es so, du wirst als Trainer bis zu so A-Junioren-Bereich oder bis zu den Bundesligisten so kaum bezahlt. Das ist alles ehrenamtlich. Das heißt, viele Trainer sind nur auf Erfolg aus und wollen so schnell wie möglich hochkommen, damit du damit verdienen kannst. Und das ist nicht immer das Beste für die Entwicklung. Das heißt, in Deutschland habe ich, ich glaube, wir müssen noch viel nachholen im Jugendbereich, aber im Prinzip, man kann schon viel einwirken, auf jeden Fall. Meinst du, also Norbert Elgert, viele sagen, der Erfolg der Knappenspieler auch verbindet mit dem Namen Norbert Elgert, der wohl möglich, also der wird so hingestellt als bester Jugendtrainer in Deutschland. Glaubst du, ein Trainer hat so viel, so viel Einfluss auf die Mannschaft, glaubst du, Norbert Elgert ist da wirklich so verantwortlich, dass da so viele Spieler letztendlich auch den Weg dann ins Nationalteam gefunden haben? Glaubst du, das hat andere Gründe? Glaubst du, wie groß ist der Einfluss dann wirklich von diesem Trainer, dass jetzt ein neuer oder generell in dieser Häufigkeit so viele Spieler dann den Sprung in den Profibereich dann geschafft haben? Naja, es ist eine Mischung. Ich würde sagen, du siehst ja auch bei Leuten wie Ajax oder so, die auch eine gute Jugendarbeit haben, da kommt immer wieder was nach, weil ihre Talentförderung einfach gut ist. Aber wiederum auch bei so einem Rubesch, egal wo der war, egal welche Junioren Nationalmannschaft der trainiert hat, da sind immer wieder Talente rausgekommen, der hat die immer wieder geschafft zu formen. Und bei Schalke ist es halt wirklich so, wenn du das über so lange Zeit so hinbekommst, wird der einen Riesenanteil daran haben. So anders wird das nicht gehen. Meinst du, wenn der irgendwann in Rente ist, meinst du, das wird aufhören? Meinst du dann, wenn du den richtig ersetzen kannst? Es kommt drüber an, ob er die Strukturen schon aufgebaut hat. Ich will jetzt nicht meinen Verein nennen, aber wir haben auch einen, der ist mittlerweile Co-Trainer beim Zweitligisten und der hat all die Sachen so aufgebaut, dass sein Kollege, der danach gekommen ist, die Arbeit quasi weitergeführt hat. Okay, ja. Unsere Mannschaft, obwohl die Herren echt nicht gut sind, ist zum Beispiel die U19 in der Bundesliga. Und das hat sie auch weiterhin durchgezogen. Das ist maßgeblich, hat das auch was mit ihm zu tun, weil die Strukturen eben da sind. Er muss halt dafür sorgen, dass da jemand ist, der auch schon länger da ist, der das quasi weiterführen kann. Wie gehst du eigentlich damit um? Weil das kenne ich noch aus meinem Jugendbereich. Ich wollte auf eine andere Position spielen, was der Trainer mir dann gesagt hat. Was ist, wenn du den auf eine andere Position siehst? Wie gehst du damit um? Wie klärt man das? Also für mich ist es so, also ich und meine Jungs oder meine Trainer, wir entscheiden das immer für den Wohle der Mannschaft. Und wenn du das den meisten Leuten auch richtig erklären kannst und sie dann auch merken, das ist erfolgreich und das zieht, dann gehen sie mit. Wenn du jetzt Entscheidungen triffst, ja, ich stelle den nach hinten links, er kann es nicht, dann wird es schnell zur Unruhe kommen. Aber in den meisten, also ich würde jetzt auch nicht einen Typen, der Stürmer ist, auf, keine Ahnung, in die Abwehr stellen. Aber wenn ich schon merke, ein Zehner ist besser auf der Sechs, weil er dann eher die tiefen Pelle spielen kann, dann probiere ich das schon zu machen so, dass ich dann auf den zugehe und ihn probiere davon, von meiner Idee zu überzeugen. Wenn das klappt, dann ziehen die auch meistens mit. Gibt es eigentlich, wie lange machst du das jetzt, wenn ich fragen darf? Boah, also wir hatten ja eine Corona-Ein-Jahr-Pause dazwischen quasi, sozusagen vier Jahre, viereinhalb Jahre. Gibt es vielleicht mal so einen Spieler, wo du den echt schwach eingeschätzt hast? Oder ich weiß nicht, wie man das nennen mag, aber wo dann am Ende dann richtig überrascht war, wie der dann durchgestartet ist, entweder bei dir im Verein oder halt woanders? Ja, das gibt es öfter. Also es gibt es öfter so, wir hatten ein paar Jungs, zum Beispiel wir hatten früher, als ich angefangen habe, mein Torwart, der saß in der Ecke und hat irgendwie den Rasen gepflückt und so und dann meinten wir so, du spielst nicht mehr im Tor, das kann nicht sein. Und jetzt ist der Co-Kapitän im defensiven Mittelfeld und ist komplett aufgegangen. Auch ein Rechtsverteidiger, wo wir dachten, eigentlich müssten wir den zur zweiten schicken. Auf einmal macht er solche Sprünge. Das ist auch in dem jungen Alter auch krass, wie schnell die lernen. Also wenn du die wirklich jung hast, wir haben die damals mit zehn oder elf übernommen und haben damals schon angefangen, genau, wir wollen 4-3-3, offensives Pressing, schnell verteidigen, von vornherein die quasi so geschnitten. Hattet ihr das schon mit elf gespielt? Ab welchem Jahrgang spielt man mit elf? Ich glaube ich, F-Jugend. F-Jugend schon mit elf? F-Jugend oder E-Jugend? Nee, F. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber ja, wir hatten die schon wirklich recht früh und dann ist halt das Geile, wir haben auch viele ausgetauscht, das ist nicht, aber der Kern ist immer noch da und dann wissen die halt genau, wie du spielen willst. Die wissen genau, wie du deine Philosophie umsetzen willst und so und das ist schon krass zu sehen. In dem Alter kannst du viel mehr mit denen machen als später. Also ich habe dann auch vor zwei Jahren angefangen mit einer U16, die jetzt nicht so gut ist wie die Jüngeren und da merkst du halt, die sind schon quasi so geschliffen zum größten Teil. Da ist es dann schwer, nochmal die komplett umzuändern in der Position und so. Wenn du jung anfängst, kann man das noch recht oft und recht viel und erfolgreich machen. Würdest du sagen, so die jungen Jahre sind extrem wichtig, je früher du mit dem Fußball anfängst, desto bessere Entwicklung wirst du am Ende nehmen? Ja, es gibt immer Ausnahmen. Es gibt wirklich immer Ausnahmen, aber meistens ist es so. Also die, die richtig jung anfangen, die sind meistens auch echt schon weiter in der Entwicklung. Und was mich auch noch interessieren würde, wäre so Körperlichkeit, gerade so im jungen Alter. Da gibt es ja Spieler, die sind so von ihrer Entwicklung in der Pubertät und was weiß ich nicht alles viel, viel weiter als andere Spieler. Macht das so einen großen Einfluss in der Jugend oder kann man mittlerweile sagen, dass da eher so die Taktik, Technik schon entscheidender ist? Ich kann mich damals erinnern, als ich so im E-Jugend-Bereich war, da war ein großer, langer Spieler, der viel schneller, größer war als alle Spieler und den konntest du einfach immer schicken. Und der war nicht der beste Fußballer, aber der war halt immer zehnmal im Spiel frei vom Tor und dann hat er auch drei Boden gemacht oder so. Ja, also du merkst das schon. Ich finde, man merkt es besonders so ab der C-Jugend, wenn die anfangen auch größer zu werden und Muskeln und so zu bekommen, dann finde ich, merkst du es eher andersrum. Wenn da einer ist, der super viel Talent hat und körperlich nicht mitkommt, dann fällt der schnell ab. Da merkst du schon eher, aber na klar, es gibt auch, wir haben gegen Mannschaften gespielt, die einfach nur einen super schnellen Typen vorne drin haben und dann mussten wir zum Beispiel, was ich nicht gerne mache, aber so hinten so Niberolassen oder so eine Manndeckung machen, weil der sonst immer wegzieht. Also das haben wir auch schon. Aber ich finde, man merkt es erst so, wenn die so mäßig in Richtung Vorpubertät oder so gehen und du merkst halt, manche sind auf einmal schon Schränke. Wir haben einen Typ bei uns, der ist größer als mein Co-Trainer, der 1,85 ist. Ja. Und du denkst dir so, der ist 13, das ist nicht dein Ernst, das ist unser Torwart, aber der ist riesig und da merkst du halt schon den Unterschied, wenn du gegen eine andere Mannschaft spielst und dir einen kleinen Torwart in der C-Jugend das 1. Mal auf Elberfeld, da ballerst du die Dinger von hinten rauf und der geht rein und bei unserem halt nicht. Also das merkst du schon auch, ja. Ja, krass. Okay, wer ist dein Gast? Könntest du dich vielleicht nochmal vorstellen? Ja, moin. Ich bin Luca aus Hamburg. Ich bin HFV-Fan eigentlich. Aber ich bin gerne auch mal bei Schalke dabei. Ja. Ja, ich schätze auf jeden Fall deine Meinung. Du bringst dir echt geilen Content mit rein in den Livestream und mir macht es mega Spaß, mit dir über Fußball zu sprechen. Ja, vielleicht können wir auch nochmal so ein bisschen so über den Ausblick auf für unsere Vereine, nächste Mannschaften. Ist ja jetzt, glaube ich, erstmal ein Pokalspiel, ne? Ja, Pokal am Wochenende, am Wochenende, Pokal und dann die Woche darauf erst wieder Bundesraten. Ja, gegen wen spielt ihr im Pokal? Ich glaube, gegen Braunschweig. Das ist schon eine bessere Mannschaft, ne? Ja, ihr habt so einen Willingen oder irgendetwas. Ja. Warte, ich will jetzt nicht lügen. Ich gucke einmal schnell nach, aber ich glaube, wir spielen gegen Braunschweig. Ja, Braunschweig auswärts. Meinst du, das wird eine heiße Kiste oder glaubst du, das packt dir schon locker? Erste Runde beim HSV ist immer eine Katastrophe. Ich sag's dir ehrlich, jedes zweite Jahr fliegen wir gegen dritte oder vierte. Also auf Pokal hab ich schon gar keinen Bock, aber ich hoffe, diesmal wird's anders. Und dann in der Liga gegen? Pauli. Pauli auswärts. Oh, das wird ein schönes Spiel. Ihr spielt aber nicht zeitgleich mit Schalke, oder? Weil das würde ich mir gerne angucken. Wir spielen an dem Freitag. Ich weiß nicht, wann ihr spielt. Ich gucke mal, wann wir spielen. Wir müssen, glaube ich, gegen Aue spielen nächsten Spieltag. Kannst du mich da irgendwie warnen, auf was man da aufpassen muss, gegen Aue? Ich muss sagen, Aue ist schwierig, weil die haben einen komplett neuen Trainer, habe ich neulich gesehen, am ersten Spieltag, der irgendwie mal bei Leipzig in der Jugendakademie war. Und der spielt ganz anderen Fußball als Aue sonst. Also die probieren schon vorne mitzuspielen, haben aber jetzt zweimal 0-0 gespielt, glaube ich. Also ich weiß nicht wirklich, wie ich die einschätzen soll, aber ich denke mal, Schalke gewinnt. Ich habe gerade geguckt, leider wieder zeitgleich. Ja, scheiße. Letzten Spieltag ja auch schon, jetzt am Sonntag und dann ersten Spieltag eigentlich auch schon. Also wir spielen ja quasi immer um diese gleiche Zeit. Ja, aber mal, ich bin gespannt. Ich werde mir auf jeden Fall mal im Nachhinein reinziehen. Wird, glaube ich, ein richtig geiles Duell. Ja, Hauptsache, wir klatschen die weg. Dann kannst du es auch im Nachhinein machen. Ja, ich glaube, Bob Staller ist auch wieder gut drauf. Der hat auch wieder getroffen. Ich habe gar keinen Bock auf Pauli, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe da überhaupt keine Lust drauf. Die spielen auch echt guten Fußball seit irgendwie einem halben Jahr. Also mal schauen. Aber ich glaube, ich hoffe ja, weil es noch am Anfang ist in der Saison, dass wir diesmal gewinnen. Ja, was denkst du überhaupt über Bremen? Die haben jetzt vier Punkte geholt. Sind eigentlich voll im Soll. Ja, ich fand, die hätten auch null Punkte eigentlich blieb gehabt, so nach den Partien. Wenn Hannover und Düsseldorf einfach nicht so blöd wären, hätten die beide verloren. Also die waren in beiden Spielen eigentlich schlechter. Und einmal unentschieden noch und einmal gewinnen sie das sogar noch durch den Elfmeter in der letzten Minute. Der eigentlich auch noch unberechtigt war. Das war eine Diskussion über den Elfer. Und ja, da haben die vier Punkte jetzt geholt. Hätten auch ein oder null Punkte. Fandest du den unberechtigt? Weil für mich ist das ein klarer Elfmeter. Weil für mich ist es so klar. Zumindest mal diskutabel. Ich sag mal so. Also man kann ihn auf jeden Fall pfeifen, aber... Das Ding, der trifft den Ball nicht. Also er kommt zu spät und trifft nur das Bein. Klar, es ist so ein typischer Elfer, wo du dich einfach im letzten Moment davor stellst. Also der kann das machen. Aber er legt ihn halt im Strafraum. Leider. Ja. Ja. Wo war der Elfmeter unberechtigt? Mach mal die Augen auf. Okay. Er fühlt mich, er fühlt mich. Okay, Leute. Ja, so ballert mal die letzten Fragen raus. Willst du noch über irgendwas reden? Fällt dir noch irgendwas ein? Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne fragen. Ich wüsste jetzt nicht was. Wenn ich ehrlich bin. Cooler Typ. Dein Gast. Tolle Einstellungen. Super, dass er solche Trainer gibt. Richtige Einstellungen. Super. Korrekt. Danke. Danke, Edel. Glaube ich. Ja. Edel 04. Ich finde es auch richtig geil, so Trainer zu sein. Ich möchte ja auch, ich habe es ja schon gesagt, irgendwann möchte ich auch mal sowas machen. Aktuell noch nicht, weil ich so viel zu tun habe mit meinen eigenen Kids. Die sind ja noch richtig jung. Aber so, wenn der ins Alter reinkommt, Bambini und so, würde ich gerne mal den irgendwie so als Co-Trainer oder als Trainer begleiten und dann halt komplett mit einer Mannschaft. Was hältst du eigentlich davon, so Trainer, die gleichzeitig auch Väter sind? Ich hatte ja auch so einen unter mir und manchmal denkst du so, ja, der bevorzugt den, manchmal denkst du so und so. Was denkst du darüber? Ich finde, bis zu einem gewissen Alter kannst du es machen, aber ich glaube, irgendwann, wenn du auch auf Leistung gehst, wird es schwierig, weil dann musst du vielleicht Entscheidungen treffen, die dein Sohn nicht akzeptiert und dann wird es zu Hause schwierig. Also bei uns ist es wirklich so, wir gehen eigentlich nur nach Leistung und stellen nur nach Leistung auf und wenn mein Sohn auf einmal schwächelt, wüsste ich nicht, wie ich das verkaufen soll, dass ich ihn nicht mitnehme zu spielen oder so. Aber ich glaube, bis zu elf, zwölf kann man das auf jeden Fall machen. Generell lässt ihr da so Beziehungen komplett raus? Weil ich kann mir vorstellen, so zwischenmenschlich hat man ja auch viel mit den Spielern zu tun. Da wird man, ist ja vielleicht sogar eine Freundschaft entstanden oder sowas ähnliches. Kann man das komplett außen vor lassen in seiner Beurteilung oder wie wird es ja damit? Das ist ja bei Vater-Sohns-Verhältnissen ja nochmal extremer, aber du baust ja auch irgendwie eine Beziehung zu den Spielern auf. Na eigentlich, also es kommt immer darauf an, wenn du eine zweite trainierst oder so, dann ist auch vieles menschlich. Dann denkst du, okay, komm. Aber wenn du jetzt eine erste machst und auf Leistung gehst, dann musst du das eigentlich machen, weil du willst ja auch gewinnen und es geht auch generell darum, die ganze Mannschaft will erfolgreich sein. Dann musst du ja auf Leistung gehen. Aber es ist schon manchmal schwierig, besonders wenn du jetzt jemanden cuttest oder so, den du seit drei, vier Jahren hattest und du den wirklich magst. Das ist auch echt schwer, aber bei uns ist es auch so, die merken das schon recht schnell, wenn sie bei uns nicht rankommen, dann geben wir den Spielpraxis in den niedrigeren Mannschaften, dann trainieren die doch noch mit uns. Das heißt, es kommt meistens nicht von heute auf morgen so, ey, du hast jetzt raus, du spielst gar nichts. Das deutet sich auch schon ein bisschen an, aber es ist schon nicht immer einfach, weil die Jungs wachsen dir natürlich ans Herz. Und was mich auch interessiert, wie würdest du so das Klima in der Mannschaft, so den Teamgeist beschreiben? Ich sage mal, Spieler, die vielleicht leistungstechnisch nicht voll da sind, aber für die Kabine sehr, sehr wichtig sind. Ist das überhaupt im Jugendbereich schon entscheidend? Und wie geht man mit sowas denn um? Ja, gibt es immer. Also wir hatten, wir haben immer ein, zwei Leute, die vielleicht noch nicht so ganz an der ersten Elf dran sind, aber wenn die einfach auch beliebt sind und die anderen auch pushen, dann wieso nicht? Also es gibt auch, es gibt auch Leute, wenn du jetzt vielleicht einen Sechser hast, der ein bisschen besser ist, aber der nur rummeckert und die anderen anmeckert, nehme ich den raus. Also ich bin eh so ein Trainer, ihr müsst konstruktiv bleiben, ihr müsst einander pushen, ihr seid eine Mannschaft, auch wenn es mal nicht klappt. Und wenn du immer nur rummeckerst, dann würdest du bei mir auch auf Dauer nicht spielen. Was bei mir so voll, voll wichtig war, als in meinem Jugendbereich, ich konnte gar nicht mit Trainer oder generell hatte ich das Gefühl, auch die anderen Spieler konnten nicht so gut mit Trainern umgehen, die halt nicht ehrlich waren, die halt nicht dem Spieler direkt gesagt haben, was Sache ist. Bestes Beispiel, wir hatten einen Trainer, da waren wir, glaube ich, in der A-Jugend und der hat uns hochgezogen für die erste Mannschaft, so ein paar Leute und hat dann halt uns versprochen, der A-Jugend dann Döner auszugeben. So, eigentlich voll die kleine Sache, so, ne? Und hat er nicht ausgesehen. Der hat es halt nie, ja, wirklich, der hat nie einen Döner ausgegeben. Und das war so lächerlich. Jedes Mal, wenn die A-Jugend diesen Trainer gesehen hat oder irgendwie standen wir dann so im Kreis oder man hatte mal zu tun mit der ersten Mannschaft, gab es im Hintergrund einer, der gerufen hat, wo bleibt der Döner? Weißt du, ich weiß. Und der hat dann halt bei der A-Jugend mehr oder weniger aufs Gutdeutsch gesagt verschissen gehabt, so. Nur weil er sein Wort gebrochen hat. Hätte er dann gar nicht mit dem Döner angefangen, dann gibt es diese Geschichte gar nicht. Das ist auch wichtig, weil im Endeffekt, du forderst ja viel von denen und du erwartest auch viel von denen. Und dann finde ich es auch völlig legitim, dass die dann sagen, wenn er jetzt nicht ehrlich ist oder so, dass die nicht mitziehen. Dann hast du auch schnell keinen Bock. Deswegen ist es auch bei uns so, wenn wir Mannschaftsausstellungen oder so machen, machen wir es vor allem und machen es auch transparent und erklären es auch immer. Weil wir hatten früher auch zum Teil Trainer, du wusstest nicht, wieso du nicht gespielt hast. Ja, genau. Du hast keine Ahnung. Wenn du es nicht erzählt, meintest du, kommst bald rein und hast du gar nicht gespielt. Dann ist es so, dann musst du auch offen mit den Karten spielen und dann machen die meisten Jugendlichen und Kinder das auch mit. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Und was mich auch interessiert, man hört immer mehr so in der Bundesliga und so, dass die Spieler mit dem Trainer diskutieren über Trainingsinhalte, über Aufstellungen und so weiter und so fort. Würdest du sagen, das ist, wie handhabst du das und würdest du sagen, dass das, ja, besser ist in so eine Richtung oder eher so sagen, ja, der Trainer hat das letzte Wort und der Trainer ist wirklich der Entscheider. Ich kann mir vorstellen, im Jugendbereich ist sowieso nochmal eine andere Sache, aber wie siehst du dieses Thema? Das würde mich auch mal interessieren. Wir fragen die Jungs gar nicht. Also ich frage, manchmal fragen unsere beiden Kapitäne, die so ein bisschen die Leistung finden oder ob sie denken, wir könnten unsere Spielweise ein bisschen verbessern, aber es geht eher darum, zu gucken, wie die das sehen. Ich würde jetzt nicht eine Entscheidung darauf basieren, dass einer von denen sagt, nee, wir spielen jetzt so oder so. Das kommt bei mir zumindest, das kommt ja immer auf den Trainer an, würde das gar nicht in Frage kommen, weil ich hätte auch keine Lust, jedes Mal mit denen dann darüber zu diskutieren oder so. Und wenn es halt nicht klappt, dann musst du dich auch mal hinterfragen, dann kannst du auch auf die zugehen oder sowas und mit denen darüber reden. Aber die Entscheidung, wir sind ein Dreier-Trainerteam, die ist einfach bei uns. Und wie siehst du das im Profifußball? Würdest du sagen, dass die Entwicklung gut ist, dass das immer häufiger so ist? Oder würdest du auch da sagen, dass das auch gefährlich sein kann? Und wie siehst du das allgemein? Naja, ich glaube, es kommt immer darauf an. Also wenn du jetzt so ein Cristiano Ronaldo im Team hast, dann macht es schon vielleicht Sinn, ihn mit einzuweihen. Aber ich finde trotzdem, dass wenn du ein richtiger Trainer bist und du auch von deiner Philosophie überzeugt bist, das ist genauso, ich finde nicht alles von Gramozis gut. Aber ich bezweifle, dass Gramozis zu Terodde oder so geht und jetzt von dem sich reinschnacken lässt. Weil er trotzdem probiert, seinen Spielstil umzusetzen und dann müssen die Jungs oder die Männer halt mitziehen. Also klar, man kann das machen, es kommt auch immer vielleicht auf die Teamchemie an, aber ich würde es nicht wirklich machen, wenn ich ehrlich bin. Auch nicht in dem Profibereich. Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt mal die letzten Fragen mit rein. Fünf Fragen und dann machen wir vorbei. Ja, man, Leute, alle Like geben erst mal. Genau, ein Like muss rein, Eintrittskarte zum Stream. Dann, was ist hier gut, was ist eine interessante Frage? Ist Gramozis ein neuer Knapp-aber-reicht-doch-Trainer? Also du meinst damit, was meint er genau damit? Knapp. Also ich würde es so interpretieren, dass er kein überragender Trainer ist, aber reicht noch gerade so, um auf Schalter irgendwie erfolgreich zu sein oder irgendwie sowas. Ja, also da würde ich mitgehen. Also ich glaube, vielleicht steigt ihr mit dem auf, aber in der ersten Liga besteht ihr nicht mit dem. Das ist meine Meinung, aber zu sehen halt vielleicht auch andere anders. Also würdest du sagen, mit dem kann man aufsteigen, aber in der ersten Liga wirst du mit dem Safe runtergehen? Kommt auf die Mannschaft an, aber mit dem Spielstil in der ersten Liga, das erinnert mich sehr daran Gisdol, wenn ich ehrlich bin. Wir hatten ja in Hamburg mal lange Zeit Gisdol und der hat auch im Fußball gespielt, wo der sich bewusst auf 30 Prozent eingelassen hat und dann wollte er nur diese ein, zwei Chancen nutzen und am Ende sind wir trotzdem mit ihm oder auch zum Teil wegen ihm abgestiegen. Weil wir die ganze Hinrunde verpennt haben, weil das auf Fußballsteam nicht immer klappt. Gisdol ist für mich generell so ein Trainer, der irgendwie die ersten 15, 16 Spiele ist der gut, so eine Halbserie ist der gut und dann ist der irgendwie verbraucht. So habe ich den irgendwie abgespeichert. Ähnlich wie ein Labbadia. Der kann mal so, im Keller kann der nochmal so Impulse, hat der ja auch bei Köln glaube ich gemacht, kann der nochmal so was bewirken und wenn es dann so langfristig geht, dann ist der nicht. Selbst bei Köln, der kommt zu Köln, sagt, Modest brauche ich nicht, Tirodde brauche ich nicht, den brauche ich nicht, ich will nur auf Konters spielen und dann sieht man, was es am Ende gebracht hat. Also keine Ahnung, ich bin auch kein Fan von dem Fußball, wenn ich ehrlich bin. Deswegen bin ich auch jetzt nicht der größte Grammottes-Fan, weil ich bin so ein Mensch, klar, du brauchst auch mal Ruhephasen, wo du dich eher so zurückziehst, aber ich bin eher ein Trainer, der gerne auch proaktiv spielt, so selber was mit dem Ball auch macht. Es gibt aber heutzutage viele Trainer, die so spielen. Klappt ja auch. Dann, ja, viele feiern halt Salazar ab. Salazar jetzt fix. Geiler Mut. Salazar, good vibes. Bienvenido, Rodrigo Salazar. Ja, es ist ein geiler Spieler. Ralf Fährmann oder Michael Lange, schreibt jemand. Ja, finden sich sehr stärker. Also ich würde aufgrund dem Standing im Team und auch die letzte Saison in der Rückrunde war nicht immer top, aber ich würde für die zweite Liga, da reicht das, würde ich Fährmann nehmen. Ja, absolut, 100%. Ich würde da auch nicht irgendwie jetzt eine neue Debatte aufmachen oder so, bringt gar nichts. Also wenn Fährmann jetzt fünfmal einen Fehler macht oder dreimal einen Fehler macht, dann kannst du immer noch den Lange reinstellen und dann kannst du im Nachhinein dann sagen, aber jetzt im Vorhinein da irgendwie den schon zu entmachten, da machst du dir nur Unruhe in dem Verein. Das brauchst du nicht. Ah ja, hier auch eine gute Frage, ab wie viel Millionen Harit abgeben? Zwölf, zwischen zwölf und fünfzehn. Zwölf und fünfzehn. Minimum, Minimum. Weil ich glaube, der hat auch noch einen etwas längeren Vertrag, ne? Ja, der ist noch ein bisschen, ja. Ah, schwer. Ich weiß auch nicht, sein Gehalt ist gar nicht so hoch, ne? Sein Gehalt, also ich sag mal so, der wird auf jeden Fall jetzt nicht eingesetzt wegen seiner Punkteprämie, aber das ist jetzt nicht so exorbitant hoch wie beispielsweise Nastasic und auch generell ist der Vertrag von diesen Topverdienern, die da jetzt im Raum stehen, Mascarell, Nastasic, Kabak, nicht der höchste von den von den Vieren. Ja, ich würde ihn halt auch, guck mal, das Ding ist, ich weiß, Schalke muss ja auch noch beim Fußballgericht oder so die Finanzen offenlegen und so und ich würde den jetzt nicht auf Zwang verkaufen. Ich würde jetzt nicht sagen, sechs bis acht Millionen, wir brauchen einfach das Geld, weil das wäre eine Fehlinvestition. So, Ben, da muss es schon zweistellig sein und eigentlich vom Talent her muss es schon mehr als zwölf, dreizehn sein. Ich meine, ja? Ich meine, wenn der so eine Entwicklung, so eine normale Entwicklung durchgenommen hätte, dann hätte der, wäre der irgendwie einen Bereich von 40 Millionen oder so. Ja, wenn der jetzt in Leverkusen oder so wäre, der würde locker für 25 mindestens nach England oder so gehen. Das heißt, du kannst den nicht für zu billig verkaufen, aber es ist auch irgendwo unrealistisch zu sagen, ich kriege 20 Millionen für den in der Schweiz. Ja, niemals, niemals. Das kriegst du nicht. Also ich wäre auch froh, wenn es zweistellig wird. Ich habe die Befürchtung, dass noch nicht mal das passieren wird. Ich glaube, das wird am Ende so eine Summe wie bei Serdar, so eine acht Millionen oder so. Finde ich auch mega schade und ich würde auch überlegen, ob man den nicht lieber im Team behalten sollte, aber so was jetzt so die letzten Wochen und so, wie da die Äußerungen sind und der hat ja auch nicht gespielt und auch keiner hat von den Spielern mehr gespielt. Aber hat der nicht irgendwie in der Story irgendwie sowas ge... Ja, aber der hat auch in der Story irgendwas von Lille erzählt, dass der irgendwie auch Andeutungen zu Lille gemacht, aber gegen vielleicht auch an Hakimi, der bei PSG gespielt hat, man weiß es nicht. Also da würde ich nicht so viel geben auf Harit's Storys, aber keine Ahnung. Werden wir sehen. Mal gucken. Lieber 10 Millionen als Verschenken. Genau. 10 Millionen reicht für Harit. Ich sage auch, zweistellig wäre gut, dann kannst du das Kapitel schließen, hättest du sogar einen kleinen Gewinn noch gemacht und ja. Wir sollen mal zum HV kommen für 6. Aber ich meine auch, guck mal, ihr habt Onana für 9 abgegeben, soweit ich weiß, ne? Na, sie war da 7,5 und mit den Prämien und so, wenn die, diesen Erfolgsprämien, wovon ich ausgehe, bei Lille, weil sie gerade Meister wurden, dann geht es bis zu 9 und ich glaube, eine Weiterverkaufsgebühr von irgendwie 15 Prozent. Ja, sagen wir mal zwischen, sagen wir mal 8 Millionen einfach jetzt, weil es so ein Mittelwert habt ihr schon ein Save für so einen Onana und dann kriegst du halt für Harit 10 oder so. Harit ist halt viel besser, ne? Also auch schon viel weiter in der Entwicklung. Eigentlich mehr bekommen. Der in der Bundesliga Rookie of the Year war, der da schon überzeugt hat, mehrere Halbserien und so und keine Ahnung, also ich verstehe die Welt nicht so, dass der irgendwie keinen Markt zu scheinen hat, ist, glaube ich, viel auch einfach so mit seinem Charakter, glaube ich, zu tun oder mit seinem Standing so in der Fußballwelt. Ich glaube, viele Vereine, jetzt eventuell so einen Wolfsburg den haben wollen würde, sage ich jetzt mal, viele Vereine wissen auch, wie eure Finanzen sind. Das heißt, die wissen, ja okay, wozu sollen wir 20 oder so bezahlen, wenn Schalke eventuell 9 nimmt. Verstehst du? Also ich glaube, deswegen wäre ich, ich würde die nicht so schnell verkaufen. Wer weiß, als wenn ihr aufsteigt und dann nochmal Bundesliga seid, dann kriegt ihr das Doppelte. Man könnte ja auch so ein Modell machen, den erstmal verleihen, ohne Kaufoption, so ein Ja, dass der da irgendwo gut aufspielen kann und dann den in der Bundesliga entweder zurück ins Team eingliedert oder dann halt verkaufst. Das ist halt auch noch eine Option. Aber hat halt auch damit zu tun, wie viel Geld müssen wir noch einnehmen? Das weiß man auch nie genau. Man hört ja auch, minus sechs Punkte sind noch im Raum, wenn man nicht genug Geld erwirtschaftet. Nur? Ja, nur. Minut und Beck, bitte. Ja, keine Ahnung. Ich denke, das wird ein enges Rennen um Aufstieg. Ich glaube, die sechs Punkte können ja schon entscheidend sein. Und ja, keine Ahnung. Apropos Schulden und so, wie seid ihr aufgestellt? Ich habe immer gehört, HSV finanziell sehr, sehr schlecht. Aber jetzt mittlerweile, ihr könnt ja auch viel für Spieler verlangen und so. Naja, wir, wir haben das Glück gehabt, sage ich jetzt mal, dass damals, schon die Saison, bevor wir abgestiegen, glaube ich, sind, haben wir uns von Kühne emanzipiert, sage ich jetzt mal, und haben da schon angefangen, unsere kompletten Finanzen umzuwirfeln. Also wir sind damals, als wir abgestiegen sind, hatten wir 65 Millionen Schulden, glaube ich, und haben sukzessiv jedes Jahr, deswegen haben wir auch die zwei Jahre, oder die letzten zwei, drei Jahre, haben wir kaum Gelder ausgegeben für neue Spieler. Die meisten kamen ablösefrei aus der zweiten Liga oder so. Und jetzt sind wir, glaube ich, am Punkt, wo sie endlich das Geld, was sie einnehmen, auch nicht immer wieder investieren müssen in die Löcher stopfen, sage ich jetzt mal. Sie können mittlerweile, zum Beispiel Onana, die haben gesagt, dass das Geld direkt wieder in die Mannschaft geht. Das war früher nicht der Fall. Früher hätten wir vielleicht Onana verkauft für neun, hätten für zwei Millionen jemanden geholt und die anderen sieben wären weg gewesen. Also mittlerweile sind wir gut aufgestellt und wir sind halt nicht mehr, sorry, wenn ich das jetzt so sage, an den Eiern von Kühne. Also, ja, also würdest du schon sagen, dass dementsprechend war der Abstieg oder dafür war der Abstieg schon ganz gut, um die finanzielle Situation in den Griff zu kriegen? Auf jeden Fall, aber wenn wir halt direkt wieder aufgestiegen wären, dann wären wir schneller da rausgekommen, sage ich mal, aber für generell war es nicht schlecht. Und für mich, was mir wichtig ist, HSV war nie der Ausbilderverein. Wir waren nie der Verein, wo wir Leute, Talente aus Hoffenheim geholt haben, wir und Onana und haben sie ausgebildet und dann fürs Dreifache verkauft. Und diesen Weg mussten wir halt einschlagen, weil kein anderer Weg möglich war. Und mittlerweile sich das bruchtet. Ja, das meine ich so, weil ich kann mir vorstellen, wenn ihr direkt hochgegangen wärt oder auch wenn wir direkt hochgegangen wären oder werden, dass wir da in alte Muster zurückfallen, aber wenn du dir so eine Struktur jetzt über drei Jahre, wo du dann in der Liga geblieben bist, dann erst mal aufbauen musst, dann ist das ja auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass du dir auch eine Klasse drüber dann so weiterführst und dann kann wirklich was Langfristiges entstehen. Ich weiß es nicht, man sagt ja immer so ein Abstieg und so kann irgendwie dem Verein helfen oder das tut einem Verein mal gut. Ich weiß es nicht. Klar, da wird weniger Geld verdienen. Ich sag mal so, mit dem richtigen Management, wenn du da aufsteigst, kann das auch in der ersten Liga alles gut klappen und dann, wenn die Strukturen stimmen, dann funktioniert das, glaube ich, auch in der ersten Liga mit mehr Geld und viel besser. Guck mal bei uns zum Beispiel, so ein Wagnumann. Wenn wir direkt hochgegangen wären oder zum Beispiel unsere Muster nicht geändert hätten, wir wären niemals zum Zug gekommen. Wir hätten niemals jetzt Angebote aus England für irgendwie zwischen 10 Millionen und irgendwas. Die U21-Nationalspieler, wovon wir auch recht viele haben, wären nicht zu uns gekommen, hätten wir immer noch zu diesem typischen Kühne, so ein Wanderfahrt muss gekauft werden, so 50 Millionen, obwohl wir uns den nicht leisten können, dann spielt das Scheiße. Also ich bin schon froh, dass wir diesen Weg eingeschlagen haben, aber es ist auch schon nervenberaubend, weil man sich irgendwann denkt, ey, das ist jetzt das dritte oder vierte Jahr in der scheiß zweiten Liga mit dem Kader, eigentlich muss das irgendwann auch schneller gehen. Also man kann da auch so hinbleiben. Ihr hattet ja früher auch so Spieler Choupo-Moting oder so, der ja auch aus HSV kam, aber da irgendwie nie irgendwie mal gespielt hat oder so. Jonathan Tah. Jonathan Tah. Also das check ich auch nicht. Da hattet ihr schon einige Spieler, wo man so, ich meine, Choupo-Moting hat bei Schalke später gespielt, jetzt bei Bayern, PSG hat er gespielt und der war schon, der ist schon, klar jetzt vielleicht kein Lewandowski oder so, aber der ist schon ein klasse Spieler, der HSV weiter helfen konnte. Den guckt ja Demirwey an. Ja, genau. Wir haben den dreimal gespielt gefühlt, dann ausgeliehen, weil der beste Spieler irgendwie der zwei Liga und haben ihn zurückgeholt, direkt weiterverkauft. Ja, checkt man. Also das hatten wir, wir haben auf Schalke zwar immer richtig viel Geld rausgeballert, aber die Jugend haben wir trotzdem immer spielen lassen. Also das muss ich schon sagen. Aber wenn ihr das jetzt auch tut, dann ist das doch richtig gut und ja, ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wir sind jetzt fast eine Stunde wieder dran, war es eine richtig geile Folge. Hat mich hart gemacht. Hat mich hart gemacht. Glück auf. Und ich wünsche euch auf jeden Fall allen eine schöne Nacht. Ich bleibe nochmal eine halbe Stunde oder Stunde, zocke ich noch auf Twitch den Manager weiter. Wer Bock hat, kann rüberkommen. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen oder übermorgen Donnerstag wieder im Livestream, 22 Uhr. Schaltet gerne ein. Alles klar. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.